Hey ihr Lieben, schön, dass ihr zu meinem diesjährigen Adventskalender eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen weihnachtlichen Harry Potter Geschichten. Wie ihr wisst, hilft liken und vor allem kommentieren, sehr diesen Kanal weiterzubringen. Wenn ihr mich weiterhin noch unterstützen möchtet, könnt ihr gerne Mitglied werden und einige Vorteile davon haben. Oder ihr könnt mir etwas per Paypal spenden. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch eine Kleinigkeit auf meiner Wishlist bestellen. Die ist unten verlinkt. Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich janna-ambrosi-sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fan-Fictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos 1. Dezember Der Adventskalender Genial! Absolut genial! Findest du nicht, Hermine? Sagte Ron begeistert, als er vor seinem vollendeten Werk stand. Das soll genial sein, wollte Hermine wissen, die gerade aus dem Badezimmer kam und sich noch die Haare bürstete. Ron barf seiner Frau einen entrüsteten Blick zu und sagte auf die Wand. Na das hier, das ist doch einfach nur genial, oder? Hermine lächelte angesichts Rons Begeisterung. Wenn du das sagst, meinte sie und ging in die Küche, um die üblichen Sachen für das Frühstück vorzubereiten. Meinst du, es wird Katie gefallen? Fragte Ron jetzt etwas unsicher, weil Hermine nicht so begeistert war, wie er erwartet hatte. Er setzte sich an den Esstisch und beobachtete, wie sie Butter, Brot und Marmelade auf den Tisch fliegen ließ. Ron, du kennst doch Katie. Sie mag alles, was du für sie machst, sagte Hermine beruhigend und machte etwas Toast. Ron war einfach zu süß, wenn er unruhig war. Das ist doch etwas Besonderes. Ich wette, kein anderer in ihrer Klasse hat einen eigenen Schokofrosch-Adventskalender, versuchte Ron erneut, Hermines Begeisterung zu wecken. Hermine nickte überzeugt. Kein anderer in ihrer Klasse hat auch Zauberer als Eltern. Ron verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Sie wird es mögen, da bin ich mir sicher. Hermine lachte und setzte sich zu ihm an den Tisch. Apropos Katie, hast du sie eigentlich schon geweckt? Ron sah sie erschrocken an. Geweckt? Ich dachte, du würdest sie heute wecken. Sie hatten das doch noch gestern Abend im Bett besprochen, oder nicht? Er war sich nicht mehr so sicher. Sie schüttelte den Kopf. Ron, wir haben gestern doch gesagt, dass du das machen wirst, weil ich mir noch die Haare waschen muss, da ich heute einen wichtigen Termin im Ministerium habe. Erinnerst du dich? Sie sah ihn durchdringend an. Oder hast du das alles vergessen, wegen dem, was danach passiert ist? Ron blickte verlegen auf seine Hände. Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Ich meine, Fakt ist, dass Katie noch schläft und zu spät in die Schule… Er sprang auf, als ihm bewusst wurde, dass er sie doch lieber wecken sollte, anstatt einfach nur davon zu reden. Hermine sah Ron grinsend hinterher und schüttelte den Kopf. Ich liebe diesen Mann. Ron klopfte an die Zimmertür seiner Tochter und steckte den Kopf durch den Spalt. Sie saß in ihrem Schlafanzug auf dem Boden und spielte mit ihren Puppen. Ron beobachtete sie einige Minuten mit einem stolzen Lächeln. Sie war ein so tolles Mädchen. Schlau, lieb, nett, einfach fantastisch. Und sie war seine Tochter. Seine und Hermines. Er öffnete die Tür vollständig und trat ein. Katie? Sie sah auf und lächelte ihn an. Du musst dich anziehen, wir müssen gleich los zur Schule. Und wenn du ins Wohnzimmer kommst, dann habe ich da noch eine Überraschung für dich. Sie sprang begeistert auf und strahlte ihn an. Was für eine Überraschung, Dad? wollte sie sofort wissen. Ron blickte sie geheimnisvoll an. Das, mein Schatz, wirst du sehen, wenn du dich angezogen hast und fertig für die Schule bist, sagte er und strich ihr einige der hübschen Locken aus dem Gesicht, die sie von Hermine hatte, die allerdings weitaus weniger buschig waren. Ihre Haare waren rötlich-braun, eine sehr schöne Kombination. Sie sah nicht wie eine typische Weasley aus, hatte aber ein paar Merkmale, die eindeutig darauf hinwiesen, ihre Sommersprossen zum Beispiel. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich schon gemacht? erkundigte er sich dann als pflichtbewusster Vater. Sie nickte. Na klar, Dad. Die habe ich gestern direkt nach der Schule gemacht. Hat nur zehn Minuten gedauert. Ron sah seine Tochter bewundernd an. Dieses Talent hatte sie eindeutig von Hermine. Ron hoffte nur, dass sie es nicht so sehr übertrieb wie ihre Mutter. Er lächelte ihr noch einmal zu, bevor er das Zimmer wieder verließ. Hermine biss in ihren Toast und musterte den Adventskalender, den Ron schon seit einigen Wochen für ihre Tochter gebastelt hatte. Er war ganz euphorisch gewesen, als er die Idee bekommen hatte und sich mit Feuereifer in die Arbeit stürzte. Es gab nichts, was er für seine Tochter nicht tun würde. Eine wunderbare Eigenschaft an ihm, die Hermine sehr liebte. Aber sie liebte eigentlich alles an ihm. Und diesen Schokofrosch-Adventskalender hatte er auch sehr gut hinbekommen. Er hatte die Pappschachteln, in denen die Frösche steckten, in verschiedenen Farben bemalt und dann mit einem Zauber belegt, der dafür sorgte, dass die Farben wechselten. Er hatte außerdem glitzernde Zahlen auf die Schachteln gezaubert und die, die an dem Tag dran war, leuchtete besonders penetrant. Hermine war wirklich gerührt, dass er so viel Zeit für Katie geopfert hatte. Aber das Ding war einfach viel zu bunt. Wenn sie alleine in der Wohnung war, dann würde sie ihn etwas verändern, damit nicht jeder, der das Ding nur zehn Sekunden betrachtete, fünf Minuten lang lauter Sterne vor den Augen sah. Unsere Tochter ist eindeutig zu lernen interessiert, stellte Ron fest, als er das Wohnzimmer wieder betrat. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes, Ron, kritisierte Hermine. Es ist nichts Schlechtes. Man sollte es nur nicht übertreiben. Sie ist schließlich erst acht. Und wenn sie sich jetzt schon so in die Lernerei reinhängt, du weißt doch noch, wie das bei dir im dritten Schuljahr war, oder? sagte er ernst. Er hatte sich damals eine Zeit lang große Sorgen um sie gemacht, auch wenn er wegen Kretze sauer auf sie gewesen war. Hermine nickte. Im Moment kommt sie aber super damit klar, auch wenn ihr Mathe manchmal ein paar Probleme macht. Ron lächelte. Wer kapiert schon Mathe? Sie wird einmal eine sehr talentierte Hexe sein, dann braucht sie Mathe auch nicht mehr. Ron. Nur wenn man zaubern kann, heißt das noch nicht, dass man sich nicht für Mathe zu interessieren braucht. Mathe ist wichtig und selbst wenn sie es in Hogwarts nicht braucht, später wird sie es doch brauchen, erwiderte Hermine laut. Das war wieder typisch Ron. Auch als Hexe brauchte man Mathe. Ron hob abwehrend die Hände. Du hast ja recht. Ich meine ja auch nur, dass sie es nicht zu sehr übertreiben sollte. Das ist alles. Hermine nickte und trank einen Schluck Kaffee. Hast du dieses Wochenende eigentlich frei? Ron nickte. Du weißt doch, solange Katie noch nicht nach Hogwarts geht, arbeite ich so, dass ich immer am Wochenende frei habe. Er nahm sich zwei Scheiben Toast. Ich dachte nur, weil Ginny sich beschwert, dass Harry im Moment so viele Überstunden machen muss, erklärte sie, zog ihren Zauberstab und zauberte einen Marmeladenfleck weg, den Ron sich zugezogen hatte. Ginny beschwert sich im Moment doch über alles. Und Harry macht die Überstunden auch nur, damit er dann die ersten Wochen nach der Geburt bei Ginny und dem Baby sein kann. Das hatte sie doch schon vor langer Zeit so besprochen. Man sollte schwangere Frauen einfach nicht ernst nehmen, vor allem nicht in den letzten Wochen. Hermine nickte. Ginny war manchmal wirklich schon sehr nervig, aber sie war ja selber so gewesen, als sie schwanger mit Katie gewesen war. Ron war manchmal wirklich schon der Verzweiflung nahe gewesen, daran konnte sie sich noch erinnern. Wow, kam es von der Tür und Hermine und Ron konnten ihre Tochter sehen, die staunend auf den Schokofroschkalender starrte. Hermine lächelte und Ron schien richtig stolz zu sein. Der ist klasse, Dad, rief sie begeistert, lief zu Ron und umarmte ihn glücklich. Er gefällt dir? fragte Ron erleichtert. Katie nickte. Er ist super. So einen hat bestimmt sonst keiner in meiner Klasse. Sie werden so neidisch sein, wenn ich Ihnen davon erzähle. Hermine sah ihre Tochter beunruhigt an. Katie, wir haben doch schon darüber gesprochen, dass du niemandem sagen sollst, dass wir Zauberer sind und du eine Hexe. Katie nickte ernst. Und dann würde es doch sehr merkwürdig sein, wenn du von diesem tollen Kalender erzählst. Aber Onkel Harry und Tante Ginny kommen dieses Wochenende und die werden sich den Kalender sicher sehr gerne ansehen. Katie nickte ernst. In Ordnung. Ich finde es blöd, dass ich niemanden in meinem Alter habe, mit dem ich über Zauberer reden kann. Hermine klemmte ihr eine Strähne hinter das Ohr. Ich weiß, Schätzchen. Aber bald kommst du nach Hogwarts und dann wirst du viele neue Freunde kennenlernen und tolle Sachen lernen. Katie nickte. Dann fiel ihr Blick wieder auf den leuchtenden Kalender. Kann ich ihn aufmachen? fragte sie eher fürchtig. Natürlich. Dafür hat dein Dad ihn ja gemacht. Aber nur das Kästchen, wo die Eins draufsteht. Ich bin ja nicht blöd, Mom, erwiderte Katie, eilte zum Kalender und öffnete die Schachtel. Ein Schokofrohr schüpfte heraus und direkt in den Mund des achtjährigen Mädchens, das genüsslich kaute. Nachdem Katie noch auf Anweisung von Hermine die Zähne geputzt hatte, ihre Eltern waren Zahnärzte, verließen die drei Wieselys die Wohnung und fuhren mit der U-Bahn erst zu Katies Schule und dann ins Zaubereiministerium. Nox Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge. Eure Jana Eure Na